Hallo und herzlich willkommen auf EPIC. Heute bei uns von Helikon die Wolfhound Jacket. Die Wolfhound Jacket ist schon eine Weile auf dem Markt, jetzt aber in neuen Tarnmustern erhältlich, wie zum Beispiel im ultra geilen Night Desert Camo. Hat schon damals nicht gut gegen russische Nachtsichtgeräte funktioniert, funktioniert auch heute nicht gut bei Nachtsichtgeräten, aber dennoch ist es ein absolutes Kultmuster und extrem cool. Wer die Wolfhound von Helikon noch nicht kennt, hier für euch mal alle Details und Features im Überblick. Die Helikon Wolfhound Jacke ist nun schon einige Zeit auf dem Markt. Neben der Jacke gibt es auch noch eine Version mit Kapuze, den Wolfhound Hoodie. Die Jacke ist als leichte Isolationsjacke gedacht und mit 67 Gramm Klimaschild Apex pro Quadratmeter gefüttert. Dadurch ist sie hervorragend zu komprimieren und sehr leicht. Hierfür steht euch auch ein Packsack zur Verfügung, der die Jacke auch super als Kissen nutzen lässt. Der Schnitt der Jacke ist anatomisch, also eher anliegend als weit geschnitten. Beim Außenmaterial wird Windpack Nylon verwendet. Damit kann die Jacke auch als äußere Schicht getragen werden. Die Ausstattung umfasst eine Brusttasche mit Zipper auf der linken Seite sowie zwei Handwärmertaschen. Weiterhin habt ihr auf der rechten Seite eine Innentasche mit Reißverschluss. Der durchgängige Frontreißverschluss ist exponiert und mit einer Flappe unterlegt. Die Ärmelbündchen sind nicht größenverstellbar, verfügen aber über einen elastischen Bund. Auf dem linken Oberarm ist Klett vernäht, damit ihr eure Lieblingspatches tragen könnt. Unter den Armen ist ein Einsatz aus atmungsaktivem Versa-Stretch verbaut. Der Kragen ist auf der Innenseite mit Vlies gefüttert. Damit auch an der Unterseite kein Wind eindringen kann, ist hier ein elastisches Zugband eingesetzt. Das war's. Die Helikon Wolfhound ist eine sehr coole Winterjacke für moderate Temperaturen. Minus 5 bis minus 10 Grad würde ich sagen vom Gefühl her. Sie lässt sich klein im Packsack zusammenpacken, ist dann auch als Kissen benutzbar. Und jetzt hier in den neuen Tarnmustern genial. Ihr bekommt die Wolfhound von Helikon und auch den Wolfhound Hoodie bei Chemo Store. Der Link ist unten eingeblendet. Habt ihr die Wolfhound schon vielleicht in einem anderen Tarnmuster oder in den einfachen Farben? Dann schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle, Lack. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Mexi, komm. Ab. Komm. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.